Wenn man absichtlich nicht fastet, was muss man machen? Man muss bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen und die Gelehrten sind sich uneinig, ob man diesen Tag nachfastet oder nicht. Und keine Person sollte denken, dass das in irgendeiner Art und Weise eine Erleichterung ist. Ja, dass man sagt, okay, es gibt Gelehrte, die gesagt haben, du fastest diesen Tag nicht nach. Er ist doch besser für mich. Nein, denn warum haben sie gesagt, du darfst diesen Tag nicht nachfasten? Weil die Person, die den Tag nachholen darf, das machen darf aufgrund einer Entschuldigung. Sie hatte eine Entschuldigung und deswegen darf sie diesen Tag nachholen. Aber du hattest keine Entschuldigung und deswegen ist dir diese Möglichkeit nicht gewährt. Du hast diese Chance verpasst. Deswegen, was diese Person auf jeden Fall machen muss, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen und nach einigen Gelehrten diesen Tag nachholen.